Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixellen Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe sind wir gar nicht auf der Hauptwelt von Großbritannien unterwegs, sondern, wie du es vielleicht schon erkannt hast, auf der Expansion-Map von Fortune Island. Und dementsprechend ist das gar keine normale Horizon 4 Let's Play Folge, sondern eine Fortune Island Let's Play Folge. Die letzte, die wir da gemacht haben, ist schon ein bisschen her, ich glaube so knapp zweieinhalb Jahren. Die letzte dürfte die Folge mit der Dodge Viper gewesen sein und die ist im Januar 2019 hier auf dem Kanal ausgestrahlt worden. Also es ist schon ein bisschen her, aber es gab auch nie wirklich so einen Grund, eine weitere Let's Play Folge zu machen. Wir sind zwar hier im Multiplayer immer wieder zurückgekehrt, aber eben hier in diesem Let's Play Format irgendwie nie. Und ich dachte, komm, jetzt steht der neue Horizon-Titel an, Forza Horizon 5. Wir müssen das Ganze hier irgendwie noch zu einem Abschluss bringen. Das Ganze braucht noch eine, ja, glorreiche Abschlussfolge. Und ich habe hier tatsächlich noch einige Aufgaben zu erledigen. Und genau das würde ich sagen, machen wir direkt schon mal, denn wir stehen hier an einem wunderbaren Aussichtspunkt. Und das zählt definitiv auch dazu, zu den Aufgaben, die wir heute erledigen dürfen. Wir schauen uns schöne Dinge an. So, ich hoffe, das poppt jetzt hier irgendwie auf. Nee, tut's nicht. Wir gucken uns vielleicht doch keine schönen Dinge an. Wir driften einfach nur ein bisschen. Ich glaube, ich bin zu nah dran. Ja, und Schilder muss ich noch mal anrennen, haben wir noch nicht. Nicht alle PR-Stunts haben wir. Also es gibt noch eine Menge zu tun. Wir können auch in den Statistiken dann gleich mal noch gucken während der Folge. Und ja, du hast es schon richtig erkannt. Die Folge will mich nicht diesen Aussichtspunkt machen lassen. Das fängt ja schon mal richtig geil an. Wir fangen schon mal mit dem Überschlag an. Okay. Ich dachte, ich stelle mich hier so wunderbar zu diesem Aussichtspunkt, dass wir das direkt erledigen können. Und jetzt hapert es schon an der ersten Aufgabe. Aber nee, ich schneide es nicht raus oder irgendwas. Auch diese Fails gehören zu dieser Folge heute dazu. Nee, du hast es schon richtig gehabt. Die Folge wird ein bisschen länger sein. Das ist aber jetzt echt krass. Ich kann das echt nicht starten. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Okay, ich fahre nochmal weiter weg. Also ich weiß noch nicht, wie lang die Folge geht. Ich hätte jetzt so gesagt, so eine Dreiviertelstunde bis eine ganze Stunde. Also so ein schöner finaler Abschluss. Ich kann es immer noch nicht öffnen. Okay, also irgendwas ist da broke, glaube ich. Gut. Dann machen wir das jetzt halt nicht. So ist es halt. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal diese drei Einflusstafeln, die ich hier noch nicht gemacht habe. Versuchen wir, die erstmal zu bekommen. Und dann können wir gleich nochmal zurückkehren. Also ja, es gibt noch eine Menge zu tun. Rennfahren werden wir. Und viele weitere Dinge. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass ich so nach Dreiviertelstunde durchkomme. Ja, und ich glaube, du wirst viele Fails heute sehen. Heute ist die absolute Fail-Folge. Ich bleibe hier einfach wieder hängen. Was ist das für ein Folgenstab? Drei Minuten sind rum und ich habe noch nichts hinbekommen. Und ich dachte so, geil, ich fange jetzt an. Gleich so mit dem Aussichtspunkt. Gleich erste Aufgabe erledigt. Juhu. Aber ja, anscheinend sagt das Spiel, Nö, du darfst mich nicht beenden. Es darf nicht zu Ende sein. Doch, jetzt aber. Komm. Also, Aussichtspunkt machen wir nachher. Jetzt aber diese Tafel, die hier irgendwo ist. Ja, ist sie doch. Vorsicht. Ja, nehmen wir mit. Sehr gut. Achso, ich sollte vielleicht für die heutige Folge ausnahmsweise die Hinweise aktivieren. Das wird auch sehen, was wir hinkommen. Aber ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich denke mal, dass einige unter euch nicht mehr wussten, dass es eine extra Let's-Play-Reihe für Fortune Island gab. Nein, bitte nicht zurücksetzen. Was ist heute los? Also, ja. Liebe Grüße geht an Bear raus. Bear macht ja die Best-ofs für den Pixel-Helden-Kanal. Hier kannst du dich richtig schön bedienen. Kannst du eigentlich an Cut hochladen. Bis jetzt zumindest mal. Was ist das? So. Nathan Schilt. Es steht kurz bevor. Ja, nee. Aber wie gesagt, ich glaube, einige... Okay, ich glaube, man musste das so mitnehmen. Einige wussten das wahrscheinlich nicht mal. Ich war mir selber sogar nicht mal mehr sicher, ob ich eine eigene Let's-Play-Reihe gemacht habe. Oder, ob ich das sogar im Haupt-Let's-Play mit einfließen lassen habe. Aber dann wurde mir eigentlich relativ schnell klar, nee, kann nicht sein. Denn Lego, die Lego-Expansion habe ich auch extra gemacht. Im Übrigen, die Lego-Expansion habe ich zu Ende geführt. Dort habe ich alles zu 100% erledigt. Aber hier eben nicht. Und ich wurde immer wieder darauf angesprochen, auch gerade in unseren Cops vs. Racer Offroad-Folgen, die hier stattfinden, dass eben ich die ganzen Tafeln hier noch nicht geholt habe. Oder viele dieser Tafeln noch nicht geholt habe. Einige hat das auch schon mächtig getriggert, wie sie immer geschrieben haben. Und da dachte ich, ja, komm, jetzt endlich wird es mal Zeit. Und nein, ich will nicht schon wieder hier irgendwo runterfallen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, es wird... Ah, nee, doch nicht. Ich habe es geschafft. So, wir fahren da jetzt aber raus. Und jetzt bin ich zu diesem Aussichtspunkt. Der muss doch jetzt mal klappen. Also, da stelle ich mich schön auf. Also, ich kenne das ja, dass, wenn man zu nah an einem Event steht, dass es dann irgendwie nicht mehr auftaucht. Aber, ich meine, ich bin jetzt ein paar Mal richtig weit weggefahren, bis es nicht mehr aufgepoppt. Wahrscheinlich so ein Bug. Wir können das gar nicht schaffen. Jetzt muss es gelingen. Wir fahren direkt mal darüber. Ja, und mit der Winterjahreszeit finde ich es eigentlich auch hier ganz cool. So, jetzt aber. Halt! Stopp! Ja! Bin mir nicht sicher, was beeindruckender ist. Dass sie diese Straße gebaut haben oder dass sie sie so lange vor uns geheim halten konnten. Also, mehr sagt er nicht. Okay, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch was tiefsinnigeres. So, wunderbar. Dann haben wir es geschafft. Drei von fünf. Zwei hatte ich anscheinend schon mal gemacht. Ja, also, es ist jetzt zum Teil. Wir machen von allem ein bisschen, von allem, was halt noch fehlt. So, zum Beispiel hier haben wir auch noch was noch nicht. Äh, Lawface Throne. Wegbereiter Starttor. 35 Sekunden müssen wir machen. Hä? Achso, in 35 Sekunden. Wir haben 34 Sekunden. Hä? Was müssen wir da nochmal machen? Ich hab, ich kenn das schon gar nicht mehr. Das klingt irgendwie so, wir müssen es 35 Sekunden lang schaffen. Oder länger. Was müssen wir da machen? Ich dachte, das ist so schnell wie möglich von A nach B kommen, aber scheinbar nicht. Wir probieren es mal. Rein geht's. Achso, das ist die Restzeit. Okay, jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. Ich denke doch gerade, man muss doch so schnell wie möglich von A nach B kommen. Das schaffen wir doch jetzt vielleicht auch. Vielleicht brauchen wir da mal ein stärkeres Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob das hier mit dem Unigen Escort klappt. Ich hab den jetzt einfach mal gewählt, weil ich das ein ganz gutes Allrounder-Fahrzeug finde. Das kann sowohl querfeld ein, als auch Schotter, Straße, alles. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Gut, gut. Dann gucken wir doch direkt mal weiter, was wir da Schönes haben. Rennen haben wir auch. Vielleicht jetzt mal ein Rennen machen. Also die, hier, die Festival-Spiellist-Sachen, die lass ich mal außen vor. Oh, da vorne haben wir gleich noch einen Aussichtspunkt. Dann machen wir das und dann machen wir den Sprung noch. Den haben wir nämlich auch noch gar nicht. Was ich sehr komisch finde. Dann sind wir so oft schon im Multiplayer gesprungen. Aber scheinbar zählt das nicht. Ja, wir machen jetzt erstmal Westway. Weg. Aussichtspunkt. Dann haben wir schon das erledigt. Also ja, wir arbeiten das jetzt richtig ab. Auch wenn wir die ersten drei Minuten uns vor Vorfreude überschlagen haben. Was anderes war es nicht. Ganz klar nicht. Gehen wir jetzt richtig voran. Aber gucken. Ich denke mal, es wird schon ein paar Sachen geben, wo ich mir vielleicht auch die Zähne ausbeise. Schätze haben wir alle hier schon gemacht im Zuge des Let's Plays. Das war ja auch, glaube ich, Teil der Story. Aber eben solche Sachen halt eben nicht. Direkter Zugang zum Wasser, reizende Architektur und ob man es glaubt oder nicht, bisher noch nicht eine Beschwerde wegen Ruhestörung. Aber das galt wohl nur vor unserer Ankunft. Sorry. Fand das Lachen irgendwie so mega gekünstelt gerade von ihm. Deswegen musste ich nochmal ein noch gekünstelteres Lachen oben drauflegen. Schaffe ich es hier durch? Ja, easy. Ich habe immer das da durch. Und da haben wir es doch. Juhu. Boah, den Schneemann nehmen wir aber auch noch mit. Denn schon. Denn schon. So. Wunderbar. Dann machen wir jetzt den Sprung. Ich weiß gar nicht, wie viel musste man denn da schaffen? Irgendwas über 100 Meter, ne? Egal, wir ziehen einfach voll durch. Und ja, außenrum fahren kann ja jeder. Deswegen fahren wir direkt da hin. Wir holen jetzt ganz viel Schwung. Weil da bin ich jetzt echt gespannt. Da könnte es echt sein, dass wir es schon vielleicht nicht direkt schaffen. Wir holen jetzt aber mal ganz viel Anlauf. So, ich glaube, das sollte reichen. Sogar richtig schönes Winterwetter gerade. Hier auf der Schatzinsel. Das könnte sogar reichen, oder? Neue PB auf jeden Fall schon mal. Gut. Nicht schwer, wenn wir noch nichts halten. Ah ja, ich sehe es schon. Drei Sterne. Nice. Man sieht es immer auf der Minimap schon ein bisschen früher. So. Was können wir? Wir können ja uns eigentlich auch durch die Map durcharbeiten. Was kommt, was halt dann kommt. So. Das haben wir, glaube ich, alles. Dann haben wir hier noch was nicht. Auch wieder so eine Wegbereiter-Geschichte. 35 Sekunden Rest. Den Forzaton möchte ich hier natürlich nicht machen. Aber das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Fahren wir da mal hin. Da ist auch noch gleich eine Einflusstafel. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, und wenn das nicht so richtig durchgekommen ist. Also, mit dieser Folge möchte ich halt quasi dieses Let's Play beenden. Ja, ich weiß, das war zweieinhalb Jahre Pause. Aber es hat auch niemand vermisst, glaube ich. Aber dann haben wir da auch wie über hier einen schönen Abschluss. Und vor allem ist es auch zum normalen Horizon 4 Let's Play, glaube ich, jetzt eine ganz schöne Abwechslung, sowas auch mal wieder zu machen. So, diese klassischen Aufgaben, die wir dann, ja, wahrscheinlich zu Genüge in Horizon 5 dann am Anfang machen dürfen. So, jetzt gucken wir erst mal, wo das Schild ist. Ah, da oben. Ja, da können wir ja, glaube ich, hochfahren, oder? Klappt das? Der Forzaton live beginnt demnächst. Nicht ganz. Okay. Mal neu versuchen. Der Forzaton live beginnt gleich. Ja, ja, komm, geh doch kaputt. Nein. Von der anderen Seite? Ne, von der anderen Seite schaffen wir es nicht. Okay, wir können es mit dem Sprung da hinten versuchen. Ah, ne, so weit springen können wir nicht. Okay, das müssen wir nochmal versuchen. Okay, also alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. So, jetzt mit richtig schmackes da. Ja. So, jetzt müssen wir hier diese Wegbereiter-Geschichte nochmal an. Dann nehmen wir aber auch ein bisschen Anlauf. Ich weiß zwar jetzt leider nicht, wo es hingeht, aber ich denke mal, die Richtung wird schon grob vorgegeben sein. So, auf geht's, komm. Wahrscheinlich so mehr in Richtung Festland. Der Forzaton live beginnt demnächst. Viel Glück. Ja, Anna. Danke. Ich nehme aber nicht teil. Feuer frei. Okay, wir müssen jetzt gleich die Klippe, glaube ich, runter hier springen, oder? Ja. Oh, da hinten ist auch nochmal eine Klippe im Weg. Das ist ja fies. Fast 35 Rest, ne? Okay, das wird knapp. Das wird richtig knapp. 37, 36, 35. Nein, das reicht nicht. Verdammt. Okay, da hätten wir irgendwo anders fahren müssen wahrscheinlich. Hm. Okay, oder wir probieren es dann gleich mal, wechseln gleich mal das Fahrzeug. Fahren mal ganz kurz rüber zum Leuchtturm. Da haben wir auch nochmal eine Einflusstafel und nochmal einen Gefahrensprung, den wir vielleicht noch machen können. Und dann müssen wir es gleich nochmal probieren mit dem Wegbereiter. So, jetzt haben wir das gewohnte stürmische Wetter. Hier auf Fortune Islands, da gesehen wir, das ist eine leichte Brise. So, da ist ein... In welche Richtung spricht man den am besten? Okay. Ich glaube, die Frage hat sich gerade erledigt. Okay, dann versuchen wir das mal. Aber dann müssen wir ja auch richtig viel Anlauf holen. Am besten über den Weg. Ja, dann ansonsten wechseln wir einfach mal zu dem... Erst 200 Hooligan. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen Hooligan verseucht. Aber ich finde, für solche Aufgaben sind die Fahrzeuge einfach die geilsten. So, auf geht's. War das jetzt schlau hier abzukürzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich dem Weg weiter folgen sollen. Egal, probieren es mal. War das richtig so? Oder hätte ich eigentlich in die... Wahrscheinlich hätte ich in die... Doch, drei Sterne. Okay, dann war es richtig so. Sehr gut. Ich habe schon gedacht, man muss vielleicht auch in die... ins Meer springen. Aber es hat uns ja direkt zurückgesetzt. Daher gehe ich mal davon aus, dass... Das nicht der richtige Weg gewesen wäre. Oh, da vorne ist es. Okay. Da war ich ein bisschen... zu stürmisch unterwegs. Müssen wir einmal hier außenrum fahren. Ein Flustafel! Oder auch nicht. Hä? Okay, direkter Weg quasi. Ja. So, ich will aber jetzt nicht die Klippe runterfliegen diesmal. Diesmal nicht. Wir machen das jetzt mit Präzision. Sehr gut. Wir haben noch zehn Tafeln über. Aber wir kommen ja gut voran. So, jetzt gucken wir doch mal. Ich glaube, da vorne ist mal ein Rennen, was wir noch nicht haben. Das Ding versuchen wir gleich nochmal. Das haben wir. Da haben wir... Gut, Kurve-Meisterschaft, wie gesagt, das gehört ja... zur Spielliste von Fortune Island, dass es ignorieren war. Aber hier, diese Fanrennen. Und dann machen wir das jetzt auch mal. Da können wir ja auch gleich einfach in dem Fahrzeug bleiben. Gucken wir mal. Ich glaube, es sind vier oder fünf Rennen, die ich noch nicht habe. Also, wie gesagt, auch das wird nicht zu kurz kommen. Wobei, ich glaube, alle asphaltierten Rennen habe ich durch. Es ist nur Querfeld 1 und Grip-Rennen, also Dirt-Rennen, die da noch fehlen. Aber ist ja auch nicht schön. Hui! Okay, ich war zu schnell. So. Wunderbar. Äh, ja. Machen wir direkt. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das direkt schaffen. Ich glaube, wir müssen es auch gewinnen, um es abzuschließen. Nicht nur einfach fahren. Deswegen. Ja, strengen wir uns an. Schwierigkeitsgrad lassen wir trotzdem mal auf dem Höchsten. Ich denke, dass es zwar schwierig wird, aber wir versuchen es mal. Drei Rücken. Auf geht's. Ja, gefahren sind wir das Rennen bestimmt schon mal durch eine Meisterschaft oder so. Aber halt als Fanrennen haben wir es nie abgeschlossen. Brems. Brems. Sorry. Bisschen die Speed unterschätzt. Bad classify. Vielen Dank. Sehr gut. Ui. Okay, wir sind schon mal vorne. Jetzt heißt Führung verwalten. Unverteidigen. Mal ein bisschen Cockpit-Sicht-Action machen. Guckst du da? Hier bleibt er jetzt schön hinten dran, ja? Diesmal nicht verbremsen, wenn es geht. Da kommen wir ja halt mit 280 an. Ja, nee, ich verbremse ihn wieder. Alter, das ist echt krass. Ja, ich wollte noch ein bisschen Spannung wieder reinkriegen. Gesicht. Ja, ich bin jetzt schon irgendwie gespannt, was für Expansions uns in Horizon 5 erwarten. Zwei Stück sind ja schon direkt angekündigt. Ich denke mal, dass wir ja wieder so eine spaßige Quatschexpansion bekommen werden, wie eben in Horizon 3 war es ja Hot Wheels und eben hier in Horizon 4 war es ja Lego. Also ich denke mal, so was werden wir wiederbekommen. Ich glaube, das kann man schon fast als gegeben nehmen. Aber eine ist ja eher immer nur so eine schöne Erweiterung. Deswegen bin ich mal echt gespannt. Ich denke mal, dadurch, dass ja der Schnee- und Winteranteil in der neuen Welt ja eher ein bisschen gering sein wird, den haben wir ja nur auf dem Vulkan so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, dass es wieder in sowas in die Richtung geht, wie wir mit Blizzard Mountain in Horizon 3 hatten. Aber jetzt alles nur Spekulationen und Mutmaßungen. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Ich denke, manche Aktionen sind natürlich jetzt ein bisschen schwieriger vielleicht im Winter, was dann im Sommer ein bisschen einfacher wäre. Aber da müssen wir halt einfach mal gucken. So, jetzt bin ich mal überlegen. Ich glaube, wir wechseln jetzt mal das Fahrzeug schnell auf den RS-200. Und dann versuchen wir nochmal schnell dieses Gefahren-Dingens da. Den Namen schon wieder vergessen. Du weißt schon, was ich meine. Und dann gucken wir mal, ob ich es diesmal schaffe. Ah, Wegbereiter-Ding. Das heißt, nein, ich will nicht die besten Liste. Dann probieren wir das nochmal aus. Damit sollten wir bessere Chancen haben. Ich bin nur gerade um überlegen, ob ich links, äh, rechts lang diesmal fahren soll. Aber ich glaube, der Weg war diesmal, er war gar nicht schlecht. Ich glaube, ich war einfach nur, das Fahrzeug war nicht potent genug. Aber mit dem soll das ja auf jeden Fall gut möglich sein. Probieren wir es jetzt einfach mal. Nein, ich will nicht. Oh, nö. Geh weg. Uff, als ob das jetzt nicht... Okay, da gibt es nur einen Trick. Ich muss zurück zu... Okay, dann müssen wir das doch später machen. Solange jetzt der Vorzertonnen läuft, werden wir da jetzt nicht glücklich werden mit. Oder? Bricht ja das nicht ab, wenn ich da so reingehe. Ne, scheinbar nicht. Ja, dann müssen wir ein Rennen oder so fahren. Gut, egal, dann machen wir trotzdem diese Aufgaben nicht. Jetzt gucken wir einfach mal ganz kurz durch. Hier haben wir noch so ein Schild noch nicht gemacht. Und weiter nördlich davon auch noch nicht. Das nehmen wir auch noch mit. Und sobald der Vorzertorn zu Ende ist, dann können wir das ja noch mal machen mit dem Wegbereiter Schild. Oh, ganz knapp dran vorbei. Plonk. Ja, falls du dich fragst, warum aber die ganzen Schilder bei mir schon angezeigt werden, also ich die noch gar nicht entdecken musste oder so, äh, ich hab mir mal vor Zeiten die Schatzkarte gekauft. Runde zwei, die war, glaub ich mal, die war mal irgendwo im Angebot oder so, oder keine Ahnung, wie ich die bekommen hab. Irgendwie hab ich sie auf jeden Fall bekommen. Und deswegen hat sich diese Schatzkarte natürlich auch auf alle Expansions ausgewirkt. Ja, und ich mein, das ist ja okay. Da müssen wir uns nicht ewig das Ganze absuchen. Nein! Ich steck hier unterm Steg fest. Ich muss auf den Steg drauf, oder was? Nee. Das geht doch gar nicht. Okay, wie krieg ich das Ding? Muss ich ein höheres Fahrzeug haben? Warte, hoch komm ich ja safe nicht. Oder? Oder doch, von der anderen Seite, glaub ich, ne? Da ist ein Sprung. Das heißt, ich muss drüber springen und genau, nee. Es gibt ein Rennen, was hier drüber geht, aber ich komm ja sonst hier nicht hoch, oder? Oder hab ich jetzt gerade irgendwie einen falschen Gedanken? Oder gibt's von woanders einen Sprung da drauf? Also man kann da auf jeden Fall auf die Insel springen, dachte ich, irgendwie, aber und hier drüben vielleicht dann rüber springen? Boah, das wär übelst krass, dass dann, ich glaub, so schwer muss man das gar nicht machen. Oder? Weil es gibt halt 5000 Punkte, also es kann schon sein, dass es, dass ich hier über diese Dings hier springen muss. Man muss hier übelst Anlauf holen. Ja, probieren wir mal aus. Mal gucken, mal gucken. Wir können hier ein bisschen auch mit Flashbacks arbeiten. Ah doch, das könnte sogar klappen. Okay, ich war ein bisschen zu schnell, aber ansonsten war es eigentlich gar nicht schlecht. Also ich bremse ein bisschen vorher an. Warum passt das vielleicht? Oder jetzt nicht so ganz viel Gas geben? Ja, okay, das war ein bisschen zu langsam, also ein bisschen mehr Gas geben. Ja, merkt schon. Okay, das Stück war ein bisschen zu wenig, aber... So, jetzt aber... Nein! Knapp daneben und immer noch zu schnell oder wieder zu schnell. Ja, der Punkt ist blöd. Ich müsste so genau dazwischen mich zurücksetzen. Dann könnte ich es besser ausrichten. So, jetzt aber, komm. Yes! So nämlich, meine Damen und Herren. Man darf ja ruhig die Fähigkeiten des Spiels nutzen. So, die Driftzone haben wir. Den Sprung haben wir noch nicht und da hinten ist auch noch ein Schild und da ist noch ein Schild. Okay, dann holen wir die erstmal und dann machen wir den Sprung. Ja, also mir macht so viel mal richtig Spaß. Habe ich ja echt eine Menge nicht gemacht, ne? Tja, habe ich mir alles für diese ganz besondere XXL-Abschlussfolge aufgehoben. Ist auch ganz klar. Dankeschön. War auch ne Mega-Arbeit, diese Vorzeit schon zu machen. So. So hinten, auf der letzten Insel. So, das haben wir. Dann haben wir da hinten nochmal. Genau. Immer schön gegen die Wellen ankämpfen. Das ist aber, ich glaube, da müssen wir, wir gucken erstmal, aber könnte es sein, dass es irgendwie so auf dem Fels oben drauf ist oder so, dass wir da irgendwie springen müssen. Ah, ne, hier, ah, ne, nicht so kompliziert. Hui, klonk, zack, ja, perfekter Stunt. Oh, und zurückgesetzt. Aber gar nicht so schlimm, dann sind wir in der Nähe schon mal von Sprung, wo ich überhaupt nicht weiß, wo der jetzt ist. Hier ist er. Okay, wir müssen von der anderen Seite. Reicht der Anlauf? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn jetzt? Der Sprung? Probieren mal. Ich versuche mal einfach so in die Richtung. Ich weiß nicht, ob das passt. Ah ja, über die Klippe springen. War das genug? Ich spoiler mich nicht. Das ist auf jeden Fall BB, logischerweise, weil wieder noch nicht gemacht. Ne, nur zwei. Okay, wie viel hat gefehlt? Ja, komm, sag mal an, wie viel gefehlt hat. Steht nicht da. Okay. Dann müssen wir selber schnell gucken. 121. Okay, ein bisschen mehr Anlauf, dann ist es easy. Einfach so in der Klippe hier entlang. So, okay, auf geht's. Ich habe gerade den Erfolg bekommen, befahre alle Straßen auf Fortune Island. Okay. dieser kleine Zipfel hier hat mir anscheinend gefehlt. Wunderbar, das habt ihr jetzt nicht gesehen, die Einwendung, aber das wäre auch noch eine Aufgabe gewesen, alle Straßen zu schaffen. Ist ja lustig, ne, irgendwie. Dass ich das jetzt so random zufällig geschafft habe. Also irgendwie so ein kleiner Zipfel da oben hat noch gefehlt. Das hätte ich mich wahrscheinlich dumm und dämlich gesucht. Aber ja, jetzt haben wir es. Ist doch gut. So, dann würde ich sagen, porten wir uns nochmal ganz schnell darüber, dass wir das jetzt endlich auch mal abschließen können. So. Das fiese ist, du weißt, wie lange die Folge geht, wie lange ich noch für die ganzen Aufgaben brauche. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, ich bin ganz okay in der Zeit. Ich denke mal, es geht schon so Richtung eine Stunde. Dreiviertelstunde war vielleicht ein bisschen zu sportlich angesetzt. Mal gucken. So, auf geht's, komm. Nein. Okay. also doch links, links lang fahren. Ich muss ja jetzt hier auch links, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, dass wir rechts lang müssen. wobei es könnte schon ein bisschen schneller sein. Ich weiß es nicht. Schwierig. Oh, das war nicht so gut diesmal, die Stelle, aber wir sind halt insgesamt schneller. Das war trotzdem knapp. 37, 96, ja, okay, sehr gut. Geht halt nichts gegenüber dem Unigen RS-200. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir doch mal weiter, was wir da so Schönes finden. Ähm, das haben wir alles. Das haben wir auch. Uh, hier sind ganz viele Tafeln. Das haben wir aber sonst auch alles. Also Tafeln und hier der letzte Aussichtspunkt. Okay. Ähm, ich port mich dann aber mal ganz kurz hier hoch. Und dann machen wir natürlich alles zu Fuß, wollte ich gerade sagen, in dem Gebiet. Ne, natürlich hier zu Rad, ne? So. Okay, okay, das ist jetzt, das ist schwierig. Wie kriege ich den? Wie komme ich da rüber? Ah, verdammt. Weil Wasser ist Lava und deswegen, egal. Ab durch die Lava. Spaß. So, ne, das war natürlich ein einfacher. Ich denke mal, der etwas schwierigere ist da oben auf dem, wie wir ihn ja immer nennen, Schneckenberg, aber der heißt wohl, doch nicht. Die Druidensteine, das sind ja unten. Ich dachte, der Aussichtspunkt da unten ist der da oben, aber ne, ist wohl nicht so. Kira meinte, ich sollte hierzu einfach Folgendes vorlesen. Das Horizon Festival gibt keinen Kommentar zu Steinformationen oder den Ursprüngen vorgenannter Formationen ab. Okay. Ja, ist halt einfach ein mega geiler Drift, der von außen nach innen gezogen wird oder umgekehrt. Also vom Donut zum Drift oder vom Drift zum Donut. Und das wurde dann mit Steinen quasi hinterlegt. So, ganz einfache Geschichte. So, da vorne haben wir nochmal Einflüchtabel. Ich meine, ich brauche den Einfluss überhaupt nicht hoch in meinem Level. So, das liegt da oben auf dem Pinöppel und zwar mit Vollgas. Oh, nicht war zu schnell, das war so klar. Aber ich wollte unbedingt mit Vollgas da durchfahren. Aber das war wohl nicht die schlaue Art und Weise. Wir machen es dann so. Tschuck. So, da war doch nochmal eins hier. Genau, aber dann müssen wir hoch auf den Berg. Ich glaube, das ist irgendwo so auf dem Fels oben drauf, haben sie das irgendwo. Da sind wir so oft schon dran vorbeigefahren. Genau, da oben, ich sehe es doch schon. Das ist, ist es quasi oben so schräg aufgestellt. Aber kommen wir von hier auch hier hoch? Wäre gut, wenn wir hier ein bisschen abkürzen könnten. Und wir müssen dadurch ein bisschen Weg sparen, aber ich glaube fast nicht, dass wir da, oder? Da haben wir keinen Kripp. Nein! Okay, wir müssen einmal außen rum. Also es geht, ich glaube schon irgendwie, aber nicht an dieser Stelle. Power. Also, heute, ähm, ja. Crash-Test mit Ray auf jeden Fall. Überschlagstest und wir springen von Klippentest. die trifft so eine, die haben wir ja schon. Deswegen, die machen wir jetzt nicht. Wir müssen es nur so schnell wie möglich hier hochzukommen und nicht hier runter zu fliegen. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das Schild bekommen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Da vorne ist es nämlich. Aber ich kann es mir vielleicht schon denken. Hier ist es nämlich, dass wir ganz oben runter springen müssen und es dann perfekt treffen müssen. Okay. Da bin ich mal gespannt. First try habe ich gehört. Nichts. Okay. Ich muss ja erstmal gucken. Da ist der Sprung. Den nehmen wir auch vielleicht. Wo sind jetzt die Tafeln? Ich sehe sie gar nicht. Achso, das wird verdeckt von dem anderen Dings. Okay. Natürlich müssen wir da gar nicht so viel Anlauf nehmen, oder? Okay, doch. Okay, aber jetzt haben wir immer schon mal die Ausrichtung. Ja. Okay, das ist zu wenig, ne? Ja, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Also, ich mache jetzt einfach mal mit Vollgas da durch. Okay, ich denke, das war die richtige Speed. Jetzt noch die Ausrichtung hinbekommen. Bisschen weiter nach links. Dann passt es. Das war, glaube ich, zu weit links, oder? Ne. Sogar noch mehr nach links. Das ist okay. I see. Okay, das war wieder zu wenig. Dass man mich da auch immer kurz vor der Kante zurück spulen lässt. Ein paar Meter mehr wäre schon nicht schlecht. Oh, jetzt bin ich zu weit rechts wieder. Okay, ich muss viel, viel weiter nach links rüber. Also, quasi auf dieses zweite Schild, oder das eine Schild, was da noch steht. So, jetzt aber. Nein! Noch mehr nach links. Es ist der Wahnsinn. Ich komme da halt auch so nicht ganz perfekt ab, glaube ich, beim Sprung. Jetzt aber. Okay. Ja, first try, habe ich ja gesagt, ne? So. Ja, so, jetzt aber. Komm. Nein, das gibt es doch nicht. Okay, also, da muss ich ja richtig weit nach links rüber. Jetzt aber. Komm, jetzt übertreibe ich es mal komplett. Jetzt ist es zu weit, oder? Es war so klar, es war so klar. Ah! Jetzt aber. Komm! Jetzt ist es wieder zu weit. Das gibt es doch nicht. Ja, ich weiß, ich könnte mir, glaube ich, eine Route oder so setzen, dann würde ich es besser sehen, aber nee, ich würde es erzählen. Perfekt. Ausglamüsern. Jetzt ist es wieder zu weit rechts. Nee, das gibt es doch nicht. Okay, komm. Ich muss. Okay, ich habe jetzt. Okay, jetzt klappt es. Nee, klappt nicht, weil ich... Das Problem ist, dass das Fahrzeug immer kurz vorm Sprung ein bisschen verzieht und ich muss ja auch ein bisschen gegenlenken und deswegen schaffe ich es nicht wahrscheinlich. So, jetzt aber. Jetzt, jetzt klappt es 100 pro nicht. Fuck. Okay, ich sage jetzt nicht, dass es klappt, weil es klappt wohl scheinbar doch nie. Jetzt aber! Woohoo! First try, wie ich gesagt habe. Hm. So, wunderbar. Die Rennen haben wir schon, das haben wir auch. Hier ist noch ein Schild. Hier haben wir noch ein Fanrennen, auch noch nicht. Das machen wir dann auch gleich noch, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, ja, da fahren wir jetzt einfach schnell rüber und dann machen wir auch das Rennen gleich. Ich denke, die Rennen werden jetzt auch noch mit die meiste Zeit dann gleich fressen. Das Lustige ist, dass dieses Schild hier uns jedes Mal oder mich jedes Mal angelächelt hat, wenn wir hier als jemandem immer unsere Startaufstellung für Seefair Offroad und jedes Mal steht es da und ich gucke es so an und denke so, ja, da steht es gut. Jetzt steht es aber nicht mehr da. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es zerstört. So. Dann machen wir doch mal ganz schnell das Fanrennen noch. Das müsste ja hier gewesen sein, oder? Denke ich mal. Ist halt auch noch dieses Dings, aber... Also, warte mal. Ich gucke noch mal ganz kurz. Sicher, sicher nicht, dass ich jetzt das Falsche mache. Ja, genau. Das war ja noch nicht. So, zu den normalen Veranstaltungen. Jawohl. Machen wir und let's go! Das ist auch, glaube ich, ein Rundkurs, ne? Ja, alles klar. Nein! Zu schnell. Vorsicht. Das ist ein ziemlich großer Rundkurs auch. Oh, nee. Ja, gut. Ja, ich denke mal, mit dem Fahrzeug wird es jetzt kein Problem sein, das Ding zu gewinnen. Deswegen wechseln wir vielleicht das Fahrzeug noch mal durch und gleich für die nächsten Rennen. Da müssen wir kurz gucken, was uns da noch erwartet. Das ist auf jeden Fall noch ein Querfeld-Einrennen. Also, wir rutschen halt übelst auf dem Wundergrund hier. Also, auf jeden Fall noch ein Querfeld-Einrennen dabei. Ich habe ja im Vorfeld mal gecheckt, was noch so fehlt. Also, es sind, glaube ich, noch zwei oder drei Rennen dann hier nach. Wie gesagt, das wird jetzt die meiste Zeit wahrscheinlich noch verschlingen. Die restlichen PR-Stunts werden wir an einem ähnlichen Tempo schaffen. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, ob wir uns noch nicht trotzdem noch mal irgendwo die Zähne ausbeißen. Ich will halt wegputschen. Wahnsinn! Ja, und was mich halt auch echt freut, die haben das so oft schon thematisiert mit den Blitzen hier auf Fortune Island. Weil Gewitter gibt es ja auf der Hauptwelt auch, aber es gibt halt keine Blitze, die man sieht. Und das wird sich jetzt natürlich mit Horizon 5 ändern, was ich sehr geil finde. Weil da gibt es sowieso diese extremen Wetter mit extremen Stürmer und dann auch der Sandsturm und so. Da freue ich mich schon richtig. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann so sein wird. Mit jedem neuen Horizon-Teil gibt es immer wieder auch neue Dinge, auf die man sich freuen kann. Und wenn es nur das Wetter ist. Und am Ende des Tages guckt man es sich ein paar Mal an und denkt dann wieder, ja, okay, klarer Himmel, Sonnenschein, Sommerjahreszeit ist doch mir am liebsten so. Aber egal, man muss oder man will ja einfach die Auswahl haben. So, lass mich doch mal gucken, was wir hier noch Schönes haben oder noch nicht haben. Ich glaube, hier haben wir alle Dinge gemacht, alle Rennen. Wunderbar. Sehr gut. Da oben haben wir, oh, den Sprung haben wir noch nicht. Da waren wir oben und da habe ich gar nicht gemacht. 228 Meter. Okay, dann. Aber da porte ich mich jetzt. Ich fahre jetzt nicht nochmal da hoch. Okay, einfach Vollgas durch. Bei denen habe ich auch schon eine Multi- Also ich glaube, das zählt dann im Multiplayer irgendwie nicht. Oder habe ich das nie erfolgreich geschafft? Das kann natürlich sein. Weil auch wieder hier gar kein Wert. Das ist interessant. So, ich hoffe, der Anlauf reicht. 200 irgendwas war es. Sieht aber gut aus. Ja, so fast 300. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich glaube, dann können wir auch mal in die Richtung schon mal fahren. Perfekt. Dann schauen wir doch mal, was wir da Schönes haben. Dann haben wir nämlich hier noch ein Rennen. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das Rennen haben wir auch noch nicht. Zwei Kripp-Rennen nochmal. Und dann haben wir alles schon, tatsächlich. Hier haben wir nochmal einen Sprung, den ich vorher machen hätte können und nicht gemacht habe, sehe ich gerade. Ja, aber sonst haben wir tatsächlich alles schon, wie es scheint. Also es sind noch diese zwei Rennen, was die Rennen betrifft jetzt. Nicht die gesamten Aufgaben natürlich. Das haben wir anscheinend. Okay, zwei Rennen noch, dann würde ich sagen. Dann, was haben wir hier noch nicht? Doch, das haben wir auch. Okay, die haben wir auch alle. Das ist mit dem Neu irritiert ein bisschen wegen dem, dieser Koop-Geschichte. Aber das haben wir auch alles. Ich kontrolliere gerade einfach nochmal alles schnell durch. Levertian haben wir, Kraken haben wir. Ich kontrolliere einfach nochmal alles durch. Das haben wir. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, okay, okay. Alles klar. Dann machen wir noch schnell die zwei Rennen. Da können wir ja schnell runterfahren. Dann wechseln wir aber schnell das Fahrzeug auch. Jetzt nicht alles mit dem RS-200 fahren. Also zumindest mal nicht alle rennen. Distanz und so können wir ja gerne dann gleich wieder mit dem hier machen. Uh! Äh, ja. Wir können ja mal so ein bisschen sponsert bei Hunigen bleiben. Oh, da ist noch ein Auto, was ich noch nicht gemacht habe. Ich weiß, das Lego-Auto habe ich auch noch nicht gemacht, aber das habe ich bewusst ignoriert. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir fahren in Chimkana 9 oder 10 Focus SRX. Der dürfte ja ganz geil gehen. Wo haben wir ihn denn? Ja, ja, nehmen wir den 9er. Und dann versuchen wir es mal. Ja, ich denke mal, so knapp eine Stunde könnte hinkommen. Wobei es sind noch einige Sprünge. Wobei Sprünge können ja schnell erledigt sein, wenn man es geschickt anstellt. Schauen wir einfach mal. Schöne XXL-Folge zum Abschluss. Weil so mit einem Zweiteiler wollte ich es jetzt halt auch nicht machen. Ich habe auch überlegt, es eben in einem Livestream zu machen tatsächlich, diesen Abschluss. Aber ich dachte, ein Livestream fühlt es nicht wirklich. Also Livestream wäre es dann wieder zu kurz und deswegen dachte ich, ja, nee, dann sind wir, glaube ich, mit einer XXL-Folge am besten bedient. Da vorne ist auch noch mal ein Auto. Der Honda Rallycross, den ich noch nicht abfotografiert habe. So, es muss aber gut, dass wir irgendwie vorbeikommen. So, schön in der Luft. Zack. Ich glaube, wir müssen es halt gewinnen, sonst zählt es nicht als erledigt. Das sind alle hier schön auf einem Fleck, wenn wir es jetzt geschickt machen. Wir kommen vielleicht da ganz schnell durch überall. Lass mich vorbei. Jetzt komm. Feuer frei. Ja, ein bisschen anlehnen. Ganz nach Rallycross-Vorbild machen wir das. Da geht es ohne anlehnen auch nicht. Das Fahrzeug fährt sich halt einfach immer total genial. So, und das ist auch das Ziel. Und zieht durch. Sehr gut. Dann haben wir noch ein Rennen. Das machen wir jetzt auch gleich. Dann haben wir das auf der anderen Seite und dann sind es wirklich noch noch die PR-Stands und die letzten Schilder. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Dann gehen wir nochmal auf die Statistik und kontrollieren auch nochmal alles. Nicht, dass wir doch nochmal irgendwas übersehen haben. Dass wir das auch wirklich alles haben. Also sollten wir es übersehen haben, dann werde ich natürlich das noch entsprechend anpassen. Aber ich mache das jetzt erstmal nach gutem Gewissen, bevor wir auf die Statistik gehen. Da kann man das nämlich mal ganz gut kontrollieren, ob man dann wirklich alles hat oder nicht. bei der Lego-Expansion haben wir sogar mehr, als man machen kann. Bei irgendwas habe ich gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Da haben wir bei irgendeiner Statistik haben wir eins mehr als das, was das Maximum ist. Das finde ich auch irgendwie lustig. Uh, Vorsicht. Nicht die Zäune. Die bremsen doch zu sehr aus. Hui. Ja, da war doch kein Querfeld ein dabei. Ich dachte, das war noch Querfeld ein dabei. Da habe ich es ein bisschen verguckt. Und jetzt alles noch Crip-Rennen tatsächlich. Gut, ich meine, es gibt hier ja auch echt einige. Ne, ich weiß nur, dass ich im Let's Play halt wirklich so die ganzen Asphaltgeschichten alle mitgenommen habe und der Rest habe ich dann irgendwie so offen gelassen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht mehr so 100%ig, wie ich damals das geplant habe. Ich weiß nur, dass es halt auf jeden Fall nach der 14. Folge nicht mehr weiterging. Wie gesagt, es gab auch irgendwie nicht so den Grund irgendwie groß nochmal eine Folge zu machen in der Zwischenzeit. Jetzt finde ich schon, gab es einen Grund, das Ganze einfach mal abzuschließen und einfach auch mal wieder was anderes erlebt zu haben. Und einfach halt dieses Expansion oder diese Expansion einfach zu einem schönen Abschluss zu bringen. Was es aber nicht bedeutet, dass wir gar nicht mehr hier unterwegs sein werden. Also ich denke mal, gerade mit C4 Offroad wird es vielleicht auch noch die ein oder andere Ausgabe geben vor Horizon 5. Aber halt eben das Let's Play ist dann damit final abgeschlossen. Da können wir wirklich sagen, okay, wir haben alles. Und ja, ich weiß, auf der Hauptwelt habe ich auch noch nicht alles. Ich habe immer noch nicht alle Straßen entdeckt. Und ich glaube, ich habe dort auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, was mir da noch geht. Ich glaube, die Straßen ist es. Aber sonst habe ich doch alles, oder? Müsste ich nochmal gucken, aber ich glaube, dort sind es tatsächlich nur die Straßen. Das werde ich mal irgendwann so beiläufigen keine Ahnung, was Stream oder so mal machen vielleicht. Mal schauen. Juhu! Da können wir hier auch noch ein bisschen Cockpit-Feeling mitnehmen. So, aber das Rennen sollten wir doch auch auf jeden Fall gewinnen. Und dann haben wir das auch abgeschlossen. Weil, wie gesagt, den kümmern wir uns um die Pärslands. Hier ist ja auch direkt wieder so eine Wegweiser-Geschichte. Aber um das jetzt gar nicht groß oder damit gar nicht groß zu experimentieren, würde ich sagen, gehen wir gleich wieder auf den Hunigen erst 200 zurück. Haben wir, glaube ich, mit die besten Karten, um das zu erledigen. So. Zack, zack, zack. Und ein Wheelspan. Das gibt ganz viel Geld. Naja, geht so. Gut. Dann haben wir das auch. Ups. Ups, 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 ups. Dann haben wir das auch. Jawohl. Dann, uh, da ist sogar noch viel mehr, als ich gedacht habe. Sprung haben wir hier auch noch. Machen wir aber erst mal das hier. Und dann haben wir ja noch zwei Einflusstafeln. Okay, also es gibt noch ein bisschen was zu tun hier. Sehr schön. Gut. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir das in den letzten verbleibenden knapp elf Minuten schaffen. Achso, ich wollte das Fahrzeug wechseln. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Okay, ich sitze von oben nach unten. Wäre schneller gegangen. Egal. Okay, da müssen wir jetzt trotzdem noch mal Anlauf holen, ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber was wir haben, das haben wir. So, jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Okay. Okay. Gut, da hinten hoch müssen wir. Okay, interessant. Oh, nicht überschlagen, bitte. Denk mal, dass wenn wir hier von außen anfahren, ist es ein bisschen schneller. Müssen wir halt auf diese Fels-Ecken aufpassen. Können das Ganze ein bisschen zerstören. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Verdammt. Jetzt wird es nicht reichen, oder? 30 war, glaube ich. Oh, doch, reicht. Wuhu. Sogar richtig geil mit so einer verkorksten Barrel-Roll haben wir das geschafft. So. Ich habe wieder gerade einen Erfolg bekommen. Schade, dass das in der Aufnahme nie dabei ist. Also wir haben wohl jetzt alle Wegweiser Geschichten gemacht. Wir porten uns gerade nochmal zurück und haben aber das auch noch 167,6 müssen wir hier schaffen beim Sprung. Ah, ich denke mal, das schaffen wir easy. First try. Okay, immer wenn ich das sage, sind es 500 Millionen Versuche, aber das können wir mal. Okay, der Absprung war, glaube ich, nicht der geilste, aber es könnte trotzdem reichen. Nein, es hat nicht gereicht. Ja, ich hätte nicht first try sagen sollen. Okay, das war so ein fieser Absprung. Ich glaube, ich muss viel weniger Anlauf nehmen, weil ich eh nicht so viel Speed mitnehmen kann um die Ecke. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder was, was tatsächlich in anderen Jahreszeiten einfacher wäre. Aber ist okay. Jetzt schaffen wir es aber, vielleicht. Dieser kurze Aufsetzer ist schon echt ein bisschen problematisch, aber es hat jetzt diesmal trotzdem besser gereicht. Sehr gut, dann machen wir jetzt noch die Einflusstafel, die wir hier haben. Was, gar nicht. Wie viele fehlen uns da denn noch insgesamt? Ich glaube, da müssen wir auch jetzt schon die meisten haben. Gut, das ist hier oben drauf, ne? Okay, gar nicht so einfach. Dann müssen wir das wahrscheinlich auch von hier oben abspringen. Dann genau hier drauf landen. Okay, das könnte jetzt wieder eine etwas schwierigere Nummer werden, aber wir nutzen natürlich wieder die Macht des Zurückspulens, hätte ich gesagt. Okay, ich versuche mal. Ich glaube, so viel Speed brauchen wir gar nicht. Naja, ist gar nicht schlecht. Ah, guck mal, ganz knapp. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Also für den ersten Versuch fand ich das schon ganz gut. Nur ein bisschen weiter links. Ja, wobei jetzt drehen wir uns ein. Das könnte trotzdem reichen. Ja, ganz knapp nicht. Wir haben die Rückseite des Hauses oder die Rückseite des Daches gestriffen, aber ein bisschen zu weit rechts gewesen. Also ein bisschen weiter links noch. Okay, jetzt war ich ein bisschen zu langsam, glaube ich. Aber es könnte trotzdem reichen. Oder auch nicht. Ja, ohne das Zurückspülen wäre ich echt aufgeschmissen. Ja, manch ein Profi würde jetzt sagen, das ist ja keine Kunst. Es geht ja auch nicht um Kunst, es geht ums erledigt haben. Nein. Wow. What? Ich sag ja. Diese Folge hat Best-of- Potenzial. Was war das denn? Hat uns einfach mal normal wie so ein Trampolin nach oben geschossen. Okay, das war jetzt zu weit eher. Das kann ich gleich abbrechen. So schwer kann das doch nicht sein. Komm jetzt. Ja gut, das sind die, die halt 5000 bringen. Die sind immer ein bisschen schwerer. Ah, ich lande eigentlich so gut. Also genau so müsste man es eigentlich machen, dass man danach genau weiterfahren kann. Ohne Überschlag, ohne irgendwas. Aber ich bin halt leider zu weit rechts hier. Ja, schon wieder. Viel weiter links. Das gleiche Problem wie vorhin. Ich bin ständig zu weit rechts hier und ich muss viel weiter links fahren. Aber es ist gar nicht so einfach, diese kleine Korrekturen, Mann. Aber das müsste passen, oder? Jawohl. Ja, leider nicht so perfekt, wie ich es gedacht habe, aber okay. Ja, tatsächlich fehlt uns nur noch diese eine Einflusstafel hier hinten. Dann haben wir alle. Sehr schön. Das geht doch wunderbar. Wo ist sie denn? Auch da oben. Aber komm, die ist doch jetzt einfach für fünf Minuten. Okay, ich habe nichts gesagt. Die ist jetzt einfach. Zack, und schon hängen geblieben. Jetzt wollte ich es richtig schön stylisch machen, aber Moment, das kriege ich hin. Nein, nicht so. Und zwar ist es manchmal auch ein bisschen eine Zicke. Nee, so klappt es nicht. Aber ich will es zu schön gerade machen. Machen wir es eher effizient. So, wunderbar. Haben wir das auch geschafft. Dann gehen wir ganz kurz auf die Karte und schauen, was uns noch fehlt. Ich glaube, es ist tatsächlich nur noch dieser und dieser Sprung und dann dürfen wir alles haben. Also, ich würde sagen, let's go. Und dann ziehen wir das mal durch hier. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Dann haben wir Fortune Island durchgespielt, meine Damen und Herren. Und hier könnte man sogar echt mit einem Megakar oder so fahren, aber ich glaube, mit dem schaffen wir es auch. Gucken wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Wir gehen vorher schon ab. Bis zur Unendlichkeit. Und, oh ne, ich sehe einen Fels voraus, aber wir schauen uns zu landen. 420. Reicht das? Reicht das? Neue PWA. Ich glaube, 3000 Erfahrungen heißt auch, dass wir es auf drei Sterne geschafft haben. So ist es. Sehr schön. Und dann der letzte Sprung noch. Dann können wir von hier Anlauf nehmen. Das hätte ich vor schon machen können, habe ich aber tatsächlich übersehen, dass ich den auch noch nicht habe. Also, die Sprünge habe ich alle irgendwie nur Multiplayer gemacht und da hat es irgendwie nicht gezählt oder so. Keine Ahnung. Okay, auf geht's. Komm. Keine Ahnung, wie weit. Einfach bis zur Unendlichkeit. Jetzt müssen wir den Sprung nicht verpassen. Und Feuer frei. Wuhu. Ja, komm. Es muss doch gepasst haben. Ah, sehr schön. Habe auch gerade den Erfolg bekommen. Viel Flieger. Drei Sterne für jedes Gefahrenschild im Fortune Island. Also, ich glaube, damit sind wir durch. Sehr schön. Dann gehen wir auf die Statistik. Und dann gucken wir noch mal Statistik auf dem Reiter von Fortune Island. Und dann sehen wir ja, was wir alles haben. Also, Schatzruhen 10 von 10. Insel 10 von 10. Horizon Fanrennen 32 von 32. Blitzer haben wir alle. Blitzerzonen, Gefahrenschilder, Driftsonen, Wegbereiter haben wir alle. Das sieht auch gut aus. Entdeckte Straßen haben wir. Ja, per Zufall auch alle. Sehr gut. Das hätte nämlich echt nochmal viel Zeit kosten können. Ähm, ja. Also, ich glaube, da sind wir durch. Sehr, sehr, sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir das geschafft. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diese XXL-Finalausgabe von Fortune Island hat dir gefallen. Also, ich hab mich selbst sehr unterhalten gefühlt. Ja, also, mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und, äh, wenn es dir nur halb so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann hat es dir definitiv viel Spaß gemacht. und dementsprechend wäre es natürlich auch nice, wenn du das mit einem Däumchen nach oben kennzeichnetst auf dieses Video. Da bedanke ich mich schon mal im Vorfeld und natürlich auch sehr gerne Feedback in die Kommentare. Ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle und dann sag ich Tschüss. Bis, äh, ja. Zum nächsten Mal. Zumindest mal nicht in diesem Let's Play, sondern beim ganz normalen Forza Horizon 4 Let's Play. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn du da auch wieder am Start bist. Oder aber natürlich hier zurück auf Fortune Island dann vielleicht in einer CVR Offroad Ausgabe. Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen hier. Alles klar. Vielen Dank und bis, äh, ja. Zum nächsten Mal in irgendeiner Form auch immer. Mach's gut. Tschaui. Tschaui.